Ja, ähm, an der Stelle ganz herzlich willkommen zu The Walking Dead in New Frontier und wir sind jetzt bei Episode 3. Ich weiß, es ist eine ganz ungewöhnliche Zeit für mich zu streamen. Eigentlich würde ich ja jetzt abends streamen, ich bin aber heute nicht da und weil wir bis nächste Woche nur zwei Spiele rauskommen, auf die ich extrem lange schon warte und weil wir für die unbedingt Platz haben wollen, dachte ich, dass wir vielleicht hier auf jeden Fall mal aufholen, dass wir auf jeden Fall die dritte Episode auch gespielt haben und habe heute mal nicht ausfallen lassen, sondern werde den Stream halt jetzt ganz, ganz früh machen. Wahrscheinlich für viele ein Problem, die sonst bei The Walking Dead dabei waren, ist wahrscheinlich zu früh, muss man wahrscheinlich noch arbeiten, aber ich wollte es halt nicht komplett wegfallen lassen. Deshalb hoffe ich, dass wir trotzdem einen schönen Stream haben werden und würde sagen, wir fangen direkt an mit der dritten Episode. Die zweite hat natürlich mal wieder krass geendet, aber das ist ja immer so. Das ist bei den Telltale Games echt immer so, die enden einfach immer übelst krass. Und ja, wir haben da jemanden wieder getroffen, den wir für verloren geglaubt haben und auch auf einer Seite, wo wir ihn nicht erwartet hätten. Du musst seine Kopf nicht mehr fühlen, aber… Hallo! ...krankbar ist…siepig! Ich finde, dass du da bist. Sodom bist du ja… Solamente ist… ...konfundido! Mittagspause hast du. Kann man natürlich auch so verbringen. Ich hab heute schon so keine Uni gehabt. Hab aber trotzdem viel zu tun. Jesus. Mhm. Mhm. Ah, dann hast du es ja gleich. Ist ja gleich wieder weiter. Aber hast du es ja bald geschafft. Das ist ja seit Wochen, ne? Aber genau dann laufen die Tage am längsten. Kenn ich. Dann dauert alles am längsten. Ich glaub heute ist das Spiel mal lauter als ich. Das ist ungewöhnlich. Oh mein Gott. Das ist sehr ungewöhnlich. Ich hoffe das ist nicht zu extrem. Falls doch, dann kann ich das hier zum Glück ändern. Aber ja, ich bin gespannt wie es weiter geht. Ich weiß, dass es auf meinen Entscheidungen beruht. Meine Entscheidungen sind meistens die, die Leute umbringen. Und selbst wenn ich mir Mühe gebe, sie verrecken trotzdem alle. Äh. Äh. Ist das Flashback? Das müssen wir es versuchen, Kate. Hast du überhaupt Kate? Ich glaub schon. Ja. Ja, da sind wir viel, viel jünger. Das ist ein Flashback. Das sieht gefährlich aus. Weiß nicht. Bleiben wir wirklich? Ne, da ist sowieso nix drin. Wird keiner vermissen wahrscheinlich. Okay, ganz ruhig. Ganz ruhig. Du lockst alle möglichen Walker an. Hey, keep it down. I know it sucks, Kate. But you gotta watch out. I'm sorry. I'm just sick of this shit. I just thought this one time we deserve to catch a fucking break. Aber sie hat ne süße Kette an. Das einzige, was ich an ihr sympathisch finde. Oh. Oh, cool. Second. Ken, you're a Hammer now! Oh, God. Thanks, thanks. Oh. Ah. Das ist schrecklich. Das ist echt schrecklich. Aber ich mein, ich hab jetzt letztens sogar noch irgendwie einen Artikel gelesen, dass bei The Walking Dead bei der Serie eigentlich so gut wie keine Kinderzombies zu sehen sind. Und warum? Hier sind dafür heftig viele. Bruce Garner ist aber keine nette Antwort. Ja? Dann weiß sie ja doch, wie sie es hören soll. Nein, wir sollten zurückgehen. Wie gesagt, ich wollte mit ihr eigentlich keine Affäre anfangen. Das war nie meine Absicht. Ja, okay. Armes Kind. Ich weiß nicht, dass wir alle hier in dem Haus bleiben wollten und warten, dass David wieder zurückkommt. Es hat drei Monate, seit er mit deiner Mutter wegkommt. Es ist nirgendwo sicher. Ich glaub, die Leute, die die Serie gucken oder geguckt haben, wissen das. Selbst der sicherste Ort kann einfach überrannt werden. Ohohooo. Es hat auch früher schon die kleinen Matzen angehabt. Oh, da ist sie auch noch. Es tut mir so weit, dass die... Ich habe immer das Gefühl, wir sind schuld daran, dass sie erschossen wurde. Ich glaube, der kommt nicht wieder. Ich kann den Kleinen verstehen. Ich würde auch lieber auf meinen Papa warten, egal wie lange es dauert. Deine Freunde? Müssen wir ihm das jetzt echt sagen? Ich will nicht. Mach du das, Kate. Ich will die schlechte Botschaft nicht überbringen müssen. Scheiße. Wir haben deinen Freund gesehen. Ich habe die Frau, Javi. Sie ist schuldig. Weil, als wir rauskommen, wir haben deine Freundin, Drew. Aber es war nicht genau ihn mehr. Du meinst, er war einer von ihnen? Wir sind so sorry, Gabe. Am besten sofort kleine Maus. Dass wir ihn lieben. Hallo. Ich bin überrascht, dass ihr alle um die Uhrzeit hier seid. Ich dachte, ich besitze hier komplett alleine. Das hab ich ja doch ein bisschen gesellschaft. Ich weiß nicht warum, aber ihre Kette erinnert mich an Sailor Moon. Eigentlich wie in dem Halbmond. Und jetzt wird's so laut, da brauch ich gar nicht reden. Warum auch immer dieses Spiel verdammt laut ist, alle anderen waren viel zu leise für mich. Das Game übertreibt. Gut. Ist einfach laut. Wir mussten weg von hier. Ich weiß nicht wohin, aber Kate sagt, wir sind hier nicht sicher. Egal was passiert, wir lieben dich. Wie krank bist du geschrieben? Was hast du denn? Krank sein ist ja nicht so cool, aber momentan sind total viele krank. Und noch viele erkältet. Erkältung, ja, hab ich mir was gedacht. Dann gute Besserung. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Bei dem Spiel habe ich manchmal Angst, zu viel zu sagen, weil da so viel passiert, und es so viel zu erfahren gibt, so viele Videosequenzen mit Dialogen, da möchte ich manchmal nicht dazwischen gehen. Und ja, da ist der David. Ich glaub schon. Aber anstatt dass du zu deinem Sohn sprichst, sprichst du zu mir. Wie's mir geht. Ja, ich hatte jetzt für Freitag sehr viel zu tun. Hab's nun geschafft, gestern zu streamen und heute auch, aber wirklich auch nur knapp. Ja. Mir geht's jetzt was besser als die ganze Woche, aber könnte besser sein. Ja. Sollen wir sagen, von wem sie angeschossen wurde? Ich werd ihnen sagen, wer es war. Ja. Ja, ich glaub das kennt jeder, der arbeitet oder studiert oder zur Schule geht. Es gibt diese Wochen, da bist du einfach komplett nur gestresst, weil du zu lange gewarnt hast mit Abgaben. Und mit irgendwelchen Sachen, die du fertig machen musstest. Und dann muss es innerhalb von einer Woche, müssen es drei gleichzeitig sein. Was für Fragen sollen wir beantworten? Ja, ja. Gehreit tut mir leid. Aber ich will so wenig stressen mit diesen Leuten wie möglich. Das wird sowieso noch früh genug eskalieren. Wenn er herausfindet, wem er zu verdanken hat, dass die Kleine tot ist. Und wem er die Schusswunde von der Kate zu verdanken hat. Er wird sich noch freuen. Er wird seine Leute auf jeden Fall nicht mehr so lieb haben danach. Ach du! Zumindest haben sie sich nicht erschlossen, ne? Ich glaube, die hätten das nicht gesagt, wenn das nicht plötzlich unser Bruder gewesen wäre. Da kann ich nichts für, er guckt mich nicht so an. Ja, warum wohl? Nein. Ja, ich weiß. Wir dachten ja, er ist tot. Ich wollte das auch nicht, aber der Harvey wollte nicht hören. Er wollte unbedingt was mit der Kate anfangen. Wow. Okay. Family drama aside, hope you know I'm not about to make nice with New Frontier. I know you didn't have much stake in Prescott, Hobby, but they burned that place to the ground for no fucking reason. After everything you folks told me, I'm guessing I'm not gonna find my people alive. Hell, Hobby. They killed your niece! Shot Kate! For all we know, your brother could have been behind it. And even if it wasn't his idea in the first place, if he knew about it and didn't stop it, I hate to admit it. Wir haben ja schon gesehen, dass unser Bruder sehr unberechenbar sein kann, so wie er manchmal ausgerastet ist. Wie er mit Kate umgegangen ist. Oh. Es war kompliziert. Ich verstehe, ich werde mich bestimmt bald zwischen denen entscheiden müssen. Ja. Müssen wir auf jeden Fall besprechen. Da bist du ja. Kollege, ich glaube, da gibt's was zu besprechen. Hey. I would have been here sooner, but I had to take care of something. So, möchtest du das von der Kleinen wissen? Was mit der Kleinen passiert ist? Komm schon, Kate's asking for you. Maybe you think it's okay, to keep a lady waiting. What about the rest of my friends? They're not in place. Hurry up now. Looks like the rules don't apply to everyone, huh? That's right. Some people get out of here early. Others stay a long fucking time. Trip? Just drop it, okay? Smart cookie, this one. Weiß nicht, irgendwie ist unser Bruder komisch drauf. Just go. I'll put in a good word for you, okay? See if we can hurry the process along a bit. Thanks. Bitte der Jesus findet hier einen Weg raus. Der Typ ist ziemlich, ziemlich clever. Auch wenn man es ihm vielleicht nicht auf den ersten Blick ansieht, aber... Das wird alles eskalieren. Wir kennen das doch mittlerweile von den anderen Seasons. Das wird komplett eskalieren. Und ich werde wieder falsche Entscheidungen treffen und Leute verletzen und Leute umbringen. Und diesen ganzen Spaß halt. Family must be good for something. Nice, Javi. Das gehört. We have a process. Our own way of doing things. Your guys better not have a problem with that. Things don't go well for troublemakers here. I hope that's clear. No problem. You won't have to worry about them. Didn't sound that way. They just need time to get used to things. Oh, wenn du herausfindest, was die Kate und ich zu tun hatten, dann ist es aber Bruderschaftsende. Ja? Ich weiß ja nicht, worum das geht. Hätte ich das mit der Kate gesagt und er wollte was anderes meinen. Doch, das stimmt. Ich weiß ja nicht, warum wir. Ja, das ist ja auch daran. Ich weiß ja nicht, warum ich ihn habe. Ja. Aber stimmt. Ich sage es, ja. 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 Deine Leute. Oh ja. Der guter Max, der weiß auch Bescheid. Ja. 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 Ja.